Willkommen zusammen. Jetzt zeige ich euch erstmal ein paar Techniken, die ihr zu Hause üben werdet. Wir bleiben jetzt im Oizuki Chudan. Ihr wisst, Chudan ist die Höhe, Yodan ist diese Höhe. Wir schlagen jetzt sauber in die Mitte, einfach im Stehen und ganz leicht in den Knien. Wichtig ist, dass ihr ausatmet beim Schlagen. Seitlich das Ganze. Faust ganz zurückziehen. Denkt wie ein Bogen gespannt sein und dann in die Mitte schlagen. Das könnt ihr mehrmals wiederholen und auch zum Aufwärmen nutzen. Bis zum nächsten Mal.